ich hab mich gerade schon gewundert warum die jetzt zu schnell laufen aber ich hab mir jetzt gerade eingefallen wir haben das ja auf doch bitter beschleunigung haben die jetzt ja die haben ihr werkzeug rausgenommen finde ich gut die haut auch schon ihren squash in ihren korps und dann direkt ins lager rein klaut sie es direkt und bringt es wahrscheinlich und hier rein ich hoffe wir haben wirklich diese ja todeswelle jetzt überstanden und können gedroht ja weitermachen hier fällt uns nach stein muss es denn wirklich immer regnen irgendwo noch riesengroße stein ressourcen die nicht allzu weit weg sind ja da aber wir müssen jetzt auch langsam mal eine brücke hinüber bauen ich glaube ich dass sie durchs wasser laufen können wobei wir jetzt noch nur ein laborer haben so ein bauarbeiter oder ein handlanger zwei fischer vier farmer ein wort karte und ein blacksmith wenn der blacksmith für das letzte ding zusammengeschustert hat man ja hier wird nur noch eins dann kann man den auch wieder als laborer einsetzen eigentlich das müsste passen ja ja hier ist ja noch ein baum können wir noch wegholzen hatten wir nicht vor einem mann der das gemacht hat wasser ist geschlecht gewechselt ich will auch gehen ja ja jetzt zieht er weg komische leute ich frage mir wo ist denn der eigentlich hier der arbeitet bestimmt immer noch da vermutlich war eine umdrehung ach jetzt mal wieder hier weiter na gut wir haben hier weg mit den bauarbeitern ich weiß ja wo unser ganzer stein hingeht wieder kein wunder weil jetzt haben wir auch wieder hier vier ein bisschen produzieren blacksmith ja gut lassen wir jetzt noch ein bisschen was machen noch eine ladung oder sowas oder blacksmitherin das ist nicht scheiße an aber was solltet ne ähm blacksmitherin können wir eigentlich dann auch weg machen wofür die machen jetzt das hier nur ab und das sollte aber eigentlich passen ja hier nimm es mit in deinen hütten in deine hütte na da hat auch kaum noch leben es ist eigentlich sowas wie sachen ne war mit dieses zwischensprecher ne ähm das nicht das nicht okay cool doch gibt's auch schneiderei 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 wir machen hier so eine handwerkssiedlung hin oder auch nicht weil es natürlich nicht hin passt geil natürlich so ein berg im weg sein mach mal es halt hier hin die leute nicht frieren so wo sind meine drei steine bringt der Sinn na ja wir haben drei was wir haben drei ähm steine irgendwie aber ja könnten sie jetzt ruhig mal holen gut jetzt sind auch wieder welche zb die eigentlich jagen lassen können dann haben wir hier einen hunter ja so guck mal ob da die jagen geht na jetzt nur noch ein stein da kommt die lieferung und wer bringt den letzten da kommt der letzte stein so versuch mal unseren hunter 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 da so guck mal gucken ob die jagen geht ob die jetzt jagen geht das ist eine team das macht ja erst mal die tiere durchlaufen ob sie sich jetzt irgendwie was holt richten und bogen dann späer die leute natürlich weiter ja wir beobachten ist dort ist dort jetzt einfach mal ein wenig ja ist nicht wahr nach mir zurückgehen weißt du davon sind doch die ist doch schon vorbeigelaufen die blind sind eine brillenmacherei er natürlich nicht macht die denn der heißt lasst sie halt wegziehen die muss ich nicht verstehen oder wir machen wir ein Brüder, wo ist er denn? Läuft er in die richtige Richtung? Ne, der baut bestimmt jetzt noch was ab, oder? Ja, normal. Baut erstmal was ab. Gucken, ob das mit diesen Tülen hier wieder funktioniert. Wobei das glaube ich auch nicht funktioniert hat. Vermutlich funktioniert es auch diesmal nicht. Hunter. Wat? Ja, Firewood macht... Ja, wird doch schon hier produziert. Weiß ich, was das Problem ist. Hm, sehr komisch. Haben wir hier unser Bauarbeiter? Wir müssen jetzt aber rein, theoretisch auch immer... Oh, hier ist schön viel Nahrung. Das sollte dem Winter reichen. Ich verstehe aber jetzt eigentlich irgendwie nicht... ...was die hier mit dem... Die läuft doch immer nur hin und her, oder? Hunter? ...is working. Wie da zum Beispiel ist doch, aber... Hm. Die Bäume sterben auch schon in Altersschwäche. Komisch. Die Left Ball ist durch die Gegend rum. Egal, kann man später nochmal machen. So, auf jeden Fall brauchen wir... ...hier ist zum Beispiel ein Berg. Wo war denn das hier mit einer Mine? Ja, Stone ist immer low. Das ist ein... ...ja, nichts Neues. Mine. An die Mine macht man einen Boden rein, oder was? Oh, ähm... Wo macht man denn eine Mine hin? Hier kann man eine Mine hinmachen. So, und dann... ...passt. Wobei man auch theoretisch als nächstes dann... ...das in Angriff nehmen könnte, im Krankenhaus. Boah, wir werden es erstmal so lassen. Boah, hier kommen die Rohstoffe. Das ist doch Abnummer. Ja. Fehlt nur noch wieder Stein. Wer hätte es gedacht? So. Stein. Das können wir eigentlich auch wegmachen. So. Das ist auch noch weg. Okay. Okay. Haben wir jetzt Blacksmith haben wir besetzt. Ja, passt. Wir haben schon einen späten Winter. Wir haben immer noch... ...dings hier. Das heißt, wir haben erstmal die Nahrung sehr gut unter Kontrolle. Also, es läuft schon mal. Finde ich gut. Finde ich sehr gut eigentlich. Müssen wir unser Bauarbeiter hier ist. Schon wieder essen. Mann, Mann, Mann. Die sind ganz schön verfressen. So. Mal essen und wieder weggehen. Gut Cutter. Der macht auch seine Arbeit gut. Aber das Problem ist halt, die haben wirklich im Winter keine Kleidung. Und das dementsprechend sinkt die Lebensdauer auch. Wie wir hier auch sehen, haben wir keine Medikamente mehr. Aber wir haben jetzt schon wieder... ...ähm... ...ja, Frühling. Da geht's auch gleich wieder mit der Nahrung weiter. Wir haben ja noch schon noch was drin. Aber das finde ich richtig geil, dass wir jetzt erstmal das mit der Nahrung unter Kontrolle bekommen haben. Das ist richtig geil. Gefällt mir. Wo waren die Mine? Wo waren die Mine? So. Wenn wir jetzt... ...ja, hier so eine kleine Brücke hin. Damit die da rüber können. Sollte ganz hilfreich sein. Also wir sehen, wir haben schon wieder jetzt einige Bauprojekte. Und das läuft momentan auch recht gut. Finde ich zumindest. Jetzt gibt's hier wieder was essen, oder was? Ja, jetzt ist der kalt. Ja, die verrückt gleich. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir das hier fertig kriegen. Bauernlänge auch wieder direkt los. Ach, wir wollen jetzt gucken, dass wir das gleich direkt von Anfang an gut aufbauen. Dass wir nicht später den Überblick verlieren. Das wäre kacke irgendwie. Ja. Wo ist denn jetzt die komische Brücke hier? Oder auch? Wo ist die? Hier? Hier? Hier. Oh, zwei Bauarbeiter. Hier haben wir auch noch einen Stein. Die haben so viel Holz. Das müssen wir auch irgendwann mal verbrauchen. Nein, das ist das verbraucht momentan. Also effektiv verbraucht es ist, ähm, unser, ähm, unser, ähm, unser Woodcutter. Der hat anscheinend auch schon wieder, ne, der holt sich hier neue Rohstoffe. Ich dachte, der macht auch irgendwie Pause. Ja, Nahrung passt mittlerweile. Oh, der nächste, das nächste Kind, was erwachsen wird, würde ich sagen, stellen wir dann direkt als, ähm, Lehrer mal ein. Sollte nicht, Schaden, Schule ist gut. Was fehlt? Ja, gut, haben sich jetzt hier wieder Neues geholt, bisschen aufgestockt. Aber die Produktion läuft ja. Also von daher mache ich mir da jetzt nicht unbedingt Gedanken. Was machen denn jetzt wirklich beide hier? Jetzt ist hier nur einer. Keine Ahnung, wo der jetzt hin rentt, aber... Ja, es ist halt wichtig, dass wir hier auf dem Krankenhaus dann noch aufbauen. Das sind halt so eine Sachen, was ja sehr wichtig ist. Aber erstmal muss man, wie gesagt, die Nahrung erstmal ankurbeln hier. Ich werde das schon mal hier in Auftrag geben. Naja, ist auch in 3-mal-1-mal. Eingang, so. Einmal... Ach, was war es, was man ist jetzt hier direkt daneben gleich. Brauchen wir auch wieder, äh, da vier Steine, aber es muss sein. So, ähm, Blacksmith mal, äuern mal einen weg hier. So. Direkt einen einstellen.